Hallo und herzlich willkommen, ich bin's Till hier mit Folge Nummer 34 von meiner Serie Let's Skill mit Till. Und ja, diesmal ist es ja ein kleines Special, habe ich ja schon angekündigt. Wird die Spiele aus der Play Against Us Session geben, ich weiß gar nicht mehr wann die war, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber ich habe die Spiele halt aufbewahrt, habe sie aufgenommen und möchte sie euch jetzt dann auch zeigen. Weil die auch eigentlich einiges zu bieten haben, in drei der Spielen ist ordentlich Spannung drin. Und ja, okay, das wird jetzt dann ein klein bisschen eindeutiger, aber auch da immer noch in Ordnung. Und das Gameplay insgesamt ist, glaube ich, auch auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, ich habe ja auf meiner Facebook-Seite dann noch geschrieben, ich weiß nicht, was ich dieses Video erzählen soll. Soll ich wirklich hier diese 11, 12 Minuten nur über das Gameplay erzählen, weil das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, lasst uns doch einfach so ein Q&A, also ein Questions and Answers machen, wo ihr mir Fragen stellt. Und ich beantworte diese, das haben leider nur so um die 80 Leute gesehen, hat mir meine Facebook-Seite angezeigt, weil es auch wirklich sehr kurzfristig war. Das war ungefähr ein Tag oder zwei Tage, bevor ich dieses Video aufgenommen habe. Und ja, und meine Facebook-Seite hat ja eh nur 150 Likes oder 160 oder so. Und deswegen haben das da nicht viele gesehen. Trotzdem sind immerhin vier Fragen zusammengekommen. Oh ja, vier Fragen, was ein fettes Special hier. Und da fange ich auch direkt mal an. Nämlich die erste Frage vom Marc war, skillst du im echten Leben auch? Dazu muss ich erst mal sagen, ich spiele gar keinen Fußball. Deswegen kommt das sowieso nicht so wirklich hin. Ich spiele Basketball und Volleyball jeweils in der ersten Herren bei uns in der Stadt, also in der ersten Mannschaft da. Und Fußball spiele ich gar nicht. Ich bin zwar so im Sommer mal mit meinen Jungs da ein bisschen pölen oder auch in so einer Soccerhalle. Das macht eigentlich ziemlich Laune. Aber letztendlich, was heißt skillen? Ich trick so ein bisschen rum vielleicht. Ich kann aber auch nicht so viel. Ich kann nur Let's und Hokus-Pokus, kann ich noch. Aber ich kann jetzt nicht den Ball krass hochhalten und dann da am besten noch irgendwie In-Air-Elastico oder so ein Kram. Nee, sowas kann ich nicht. Und ja, ich glaube, das reicht als Antwort. Dann das Nächste. Wie alt bist du eigentlich, Junge? Noch so schön ausgeschrieben. Ich bin 17. Ja, das reicht ja eigentlich schon als Antwort. Nein, ich werde im April, am 26. April werde ich 18. Ja, endlich. Das ist auf jeden Fall ein geiles Alter, wenn man dann endlich 18 wird. So, 16 ist irgendwie schon so eine Steigerung. Und dann, wenn man 18 wird, ist es nochmal krasser. Dann darf man irgendwie alles oder auch eben nicht. Weil, wenn man mit 18 ist, dann gibt es ja erst recht die ganzen Strafen und so. Wenn man mit 16 ist, dann ist man ja zumindest noch ein bisschen eingeschränkt. Aber trotzdem hat man ja, wenn man 18 ist, glaube ich, ein bisschen mehr Möglichkeiten. Gerade auch, was so Sachen angeht, wie Führerschein und so ein Kram. Also endlich dann alleine Auto fahren. Solche Sachen. Das ist natürlich richtig geil. Und deswegen freue ich mich da auch schon drauf. Ist ja jetzt auch gar nicht mehr lange. Wie lange sind es noch? 24 Tage und einen Monat. Ja, das geht ja fit. Kann man, ist denke ich mal in Ordnung. Also ist ja wirklich schon bald. Und ja, so viel dazu. Also 17 bin ich zur Zeit noch. Und als ich bei Beepart Gaming angefangen habe, war ich... Ja, wie alt war ich denn dann da? Auch schon 17? Ja, sicher. Ja, stimmt. Ich bin ja erst seit einem halben Jahr hier irgendwie. Ey, es kam mir gerade total... Als wäre ich da irgendwie 15 oder so gewesen. Aber nee, ich bin ja irgendwie erst seit, keine Ahnung, August circa bei Beepart Gaming am Start. Hm, komisch. Und da die nächste Frage von Jermaine, der übrigens auch ein HSV-Fan ist. Also erstmal, ja, Derby-Sieg, ne? Schade, HSV. Bremen ist einfach die Nummer 1 im Norden. Bleibt so, mein Verein. Jawohl. Der fragt, magst du Bananen? Äh, joa. Ich weiß nicht, warum dich das interessiert. Also wenn ich jetzt mal die Doppeldeutigkeit des Wortes weglasse, dann... Ja, dann mag ich Bananen. Sind eigentlich recht fresh so. Aber ich finde eigentlich Äpfel und Birnen bocken eigentlich sogar noch mehr. Vor allem Äpfel schmecken richtig nice. Und, ähm, ja. Soviel dazu. Und jetzt die eigentliche Frage. Also die, die ich jetzt auch so am interessantesten fand, nachdem jetzt hier schon 4 Minuten vom Video vorbei sind. Dann wird die Frage, die ich so... Ähm... Ja, die fand ich ziemlich interessant. Da hat nämlich jemand gefragt, ähm... Warum hast du dich entschieden, dir ein Aufnahmegerät zu kaufen und YouTube anzufangen? Und war es dir nicht zu teuer? Ne, wann. Nicht warum. Äh, aber das kann man ja beides so in einem Zug eigentlich beantworten. Ähm... Ich habe mir ein Aufnahmegerät gekauft. 2012. Und zwar im... Oktober. Irgendwie so zwischen Oktober und November. Da habe ich dann nämlich auch meinen ersten YouTube-Channel gestartet. Nämlich FalconFIFAHD. Ja, der dann auch erstmal lange Zeit nicht wirklich erfolgreich war. Irgendwie bis März oder so. Vielleicht 100 Abonnenten gehabt. Wenn überhaupt. Vielleicht auch nur 80 oder so um den Dreh. Und das irgendwie schon wirklich in so ein paar Monaten. Also da war wirklich wenig los. Dann habe ich aber angefangen mich bei meinen... Also ich habe bis dahin nur Compilations gemacht. Ich habe nichts kommentiert oder so. Ich habe nur diese Compilations gemacht. Die jetzt ja auch hier auf unserem Channel so ab und zu mal kommen. Wenn ich Zeit habe, weil ich jetzt... Nämlich das ist jetzt der nächste Punkt. Ähm... Mich stärker auf das Editing konzentriere. Das... Damit habe ich dann angefangen. Nämlich im März. So zwischen März und Mai habe ich mir da sehr viel selbst beigebracht. Irgendwie durch Tutorials gucken im Internet. Oder einfach viel selbst ausprobiert. Und ähm... Ja, so kam es dann eigentlich dazu, dass ich dann im Mai... Ich war es im Mai. Ich glaube es war im Mai. Im Mai ging dieses Super-Skill-Battle der Hamburger Youngsters los. Was auch zur Zeit schon wieder läuft. Ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht reingeguckt. Ob da schon wieder so richtig gute Leute dabei sind. Mit denen man vielleicht mal eine Dual-Compilation oder irgendwie sowas machen könnte. Ähm... Letztes Jahr war es nämlich so, dass da wirklich... Wirklich gute Leute dabei waren. Also ich war überrascht. Gerade auch in den nächsten Runden so Halbfinale, Finale und so. Ähm... Da waren wirklich starke Compilations dabei. Auch wirklich vom Editing her richtig gut. Und äh... Genau da habe ich nämlich mitgemacht. Bin in der ersten Runde sehr... Ziemlich souverän weitergekommen. Ich glaube zwei beste Qualifikationen hatte ich. Und bin dann aber ausgestiegen. Denn zu dem Zeitpunkt wurde B-Part Gaming schon auf mich aufmerksam. Da war ich gerade im Channel mit 200 Abonnenten oder so. Hab dann noch durch Super-Skill-Battle an sich insgesamt so an die 500 gehabt. Also durch diese Runde. Durch die erste. Und ähm... Da ist B-Part Gaming dann aber bereits auf mich aufmerksam geworden. Und so nahm das dann ganz... Nahm das dann so einfach... Das ging dann einfach so los. Also... Äh... Benni hat mich damals angeschrieben. Hat gesagt hier... Ich komme mal direkt zum Punkt. Könntest du dir vorstellen bei B-Part Gaming mitzumachen? Hat mir da so ein paar Sachen vorgeschlagen. Äh... Was man so machen könnte. Da haben wir diese einzelnen Sachen so ausgearbeitet. Und so kam das dann eigentlich schon. Und ja... Seitdem bin ich hier. Bin sehr zufrieden. Ich denke mal ich mache auch meine Arbeit ganz in Ordnung. Und äh... Ja macht einfach Spaß. Und vor allem... Als ich dann wirklich bei B-Part Gaming aktiv angefangen habe. Also dazwischen waren noch locker zwei Monate. Oder... Oder noch länger. Vielleicht waren es sogar drei oder sogar vier Monate. Ähm... In der Zeit. Zwischen dem Super-Skill-Battle und dann wo ich mein erstes Video bei B-Part Gaming hochgeladen hatte. Das war nämlich im August. Seitdem bin ich bei B-Part Gaming. Und äh... Es war nämlich direkt so ein Monat, der richtig interessant war. Weil da war dann auch direkt die Gamescom mit Abo-Treffen und allem drum und dran. Also für mich schon was ganz Besonderes irgendwie. Und ähm... Ja. Also seitdem bin ich hier so zu Gange. Macht Bock. Ich mache auch auf jeden Fall erstmal weiter. Mal sehen wie sich das so alles jetzt entwickelt. Nachdem ich mein Abi habe. Ob wann ich dann... Was ich studieren will. Wann ich studiere. Ob ich vielleicht sogar erst noch ein Auslandsjahr oder sowas mache. Da muss man natürlich nochmal überlegen. Wie das Ganze dann so seinen Lauf nimmt. Und ähm... Ja das... Dann habe ich mir also... Ähm... Ja eigentlich war ja die Frage ja. Wann hast du dir dein erstes Aufnahmegerät gekauft? Wie gesagt. Das war November 2012. Das war die Roxio Game Capture HD. Die habe ich übrigens immer noch zur Zeit. Bin ich auch immer noch nicht so ganz zufrieden mit. Weil die war nie so richtig gut. Aber die war einfach nicht ganz so teuer. Die hat glaube ich 70 Euro gekostet. Ist mittlerweile teurer geworden. Also ich weiß nicht warum. Also ich habe sie damals bei Amazon gekauft. Ich habe letztens nochmal geguckt. Und sie ist wirklich teurer geworden. Keine Ahnung. Und ähm... Ja aber sie macht seine... Macht ihre Arbeit. Und zwischendurch spackt das Programm mal ein bisschen ab. Oder die kackt auch einfach mal so. Mitten bei der Aufnahme ab. Aber insgesamt geht es dann dennoch. Äh... Wenn man jetzt ein wirklich Gute will. Dann muss man wahrscheinlich zu Elgato greifen. Weil die einfach so die Nummer 1 im Markt ist. Ist einfach so zur Zeit. Und sie war mir auch nicht so teuer. Denn ich habe zusammen mit einem Freund angefangen. Das heißt wir haben beide nur 40 Euro bezahlt. Er hat aber nur ähm... Shooter Gameplays gemacht. Battlefield und Halo. Und ich habe halt nur FIFA Videos gemacht. Und so haben wir uns ja einfach gegenseitig immer mal ausgeliehen. Er war dann mal da. Hat er mal ein bisschen was aufgenommen. Hat mich wieder ein bisschen was aufgenommen. So ging das dann eigentlich. Und der hat auch einen YouTube Channel gemacht. Hat aber schon... Hat recht früh danach aufgehört. Ich glaube eigentlich... Er hat nur so 1-2 Monate wirklich aktiv was gemacht. Und ich war jetzt schon ein bisschen länger... Ähm... Zugang. Und bin ja jetzt auch... Ja ich würde schon sagen recht erfolgreich sogar. Weil ich bin bei einem Channel mit 40.000 Abonnenten. Was wirklich schon eine ziemlich hohe Zahl ist. Gerade wenn man das betrachtet, dass es ein Channel ist, der nur FIFA Videos macht. Also da bin ich... Ich finde das einfach schon ziemlich gut. Vor allem weil... Als ich zu Beepart Gaming gekommen bin... Gekommen bin... Im August da hatten wir gerade mal 18.000 Abonnenten. Und jetzt ist die Zahl mehr als verdoppelt. Also wirklich 40.000. Das ist schon eine ordentliche Zahl. Und deswegen bin ich soweit auch ziemlich zufrieden. Einfach mit allem wie das hier so läuft. Videos machen Spaß. Videos machen. Und jetzt gibt es... Seitdem die Website oben ist, schreibe ich ja auch Reviews. Werde ich zum Beispiel morgen mich nochmal dran setzen. Werde ein Review zu Moreno, dem Second Inform. Nein, dem Second Inform hat er ja gar nicht. Zu Moreno Inform ein Review schreiben. Da nochmal ein paar Tipps gehen. Von wegen Chemistry Styles und so. Werde ich dann natürlich auch im nächsten Video, was dann kommt, von mir auch wieder erwähnen. Wenn das online ist und so. Und das in die Beschreibung packen und so weiter. Aber ja genau. So wird das morgen dann sein. Da werde ich auch mal gucken, was ich zu dem denn mal so verfassen kann. Jetzt dann aber mal zum Gameplay. Noch gut... Ja, wie lange ist es? Noch anderthalb Minuten oder so. Wir führen... Nein, wir führen gar nicht. Wir liegen 1 zu 0 zu hinten. 15. Minute. Gerade William nimmt da den Schuss oben rechts in den Winkel. Ziemlich genau eigentlich schon das 1 zu 1 erzielt. Und es ist wieder William am Ball. Der Forster-Skiller, so ziemlich der Einzige, der offensiv nicht die 5 Sterne auspackt. Aber dennoch ein guter Spieler will ihn ja irgendwann dann noch durch Neymar in Form ersetzen, wenn ich das Geld habe. Auch wenn das wahrscheinlich noch etwas länger dauern wird, weil dieser Typ einfach saumäßig teuer ist. Aber trotzdem möchte ich das Team so in dieser Konstellation auf jeden Fall erstmal ziemlich lange weiterspielen. Man kann ja immer noch in den 2 Teams immer so ein bisschen gucken, dass man ein billigeres Team hat. Vielleicht für so 300.000 Münzen oder so. Weil so viel habe ich auch noch überlocker. Und dieses Team möchte ich aber in der Zeit so weiterspielen, weil es einfach saumäßig gut ist. Review ist ja auch bereits dazu verfasst worden. Und ja, es ist einfach der Hammer. Also ich liebe das Team einfach. Es ist richtig gut. Die Ausstellung gefällt mir. Ich verliere kaum ein Spiel. Stehe hinten sicher. Und vorne hat man halt Ibrahimovic, die beiden Brasil-Wasskiller. Mora ist ja noch die unglaublichen Longshots auspackt. Also für mich der Spieler mit dem besten Schuss im Spiel. Was irgendwie einfach nur witzig ist, weil er 69 schießen hat. Also es ist einfach totaler Bullshit dieser Wert meiner Meinung nach. Eher 96, wenn man die Zahlen so umdreht. Ja, er ist wirklich ein Hammerspieler. Jetzt gerade nochmal 2-1. Gerade er zielt durch Mangala war das. Oder David Luiz. Keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie ein Kopfballstarker Spieler. Vielleicht auch sogar Ibra. Gar nicht drauf geachtet. Und so kommen wir jetzt hier zumindest so zur letzten Szene. Da war es jetzt nämlich Ibrahimovic. Der macht das Tor in der 90. Und so geht diese Folge auch zu Ende. Ich könnt gerne mal schreiben, wie euch dieses, ja, das Ganze so gefällt. Dieses neue, wie nennt man das? Format. Genau, dieses neue Format. Dass ich vielleicht bei den Play-Again-Users schon immer so ein bisschen so ein Q&A-mäßiges einbaue. Und ja, genau. Das würde mich einfach mal interessieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Kill Metal Folge 35. Und ja, tschüss. Ja, tschüss. Da war es wirklich noch nicht mehr. Ich hab